Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich werde heute so eine schöne Leinwand gestalten. Das ist einfach eine kleine, schlichte Leinwand. Man kann die natürlich in allen möglichen Größen gestalten. Ich habe aber so eine ganz kleine, ich habe sie gerade erst ausgepackt. Hat 1 Euro gekostet von Teddy und hat eine Größe von 18x24 cm. Ich habe hier zwei Neonfarben. Das sind so Malfarben, Fingerfarben und ich habe Neonpink und Neonblau. Außerdem habe ich hier so eine Acrylfarbe in Silber, Acryl-Mattfarbe in einem richtig schönen Silberton. Dann habe ich hier eine alte Pappe, da werde ich mir die Farben so ein bisschen drauf geben, damit ich die dann von dort aus mit dem kleinen Schwamm aufnehmen kann. Das ist einfach ein kleiner Schwamm. Ihr könnt euch aber auch von einem alten Spülschwamm oder so ein Stückchen abschneiden. Ich habe hier eine alte Zahnbürste und einen Pinsel. Hier habe ich mir schon mal ein bisschen von den leuchtenden Farben auf die Pappe gegeben. Die silberne Farbe brauche ich erst später. Und ich fange erstmal mit dem Schwamm an und ich glaube ein bisschen mit Pink als erstes. Und fange an, einfach ein bisschen Farbe hier auf meine Leinwand drauf zu stempeln. Ich finde immer, dass das mit einem Schwamm total gut funktioniert. Sieht auch immer schön gleichmäßig aus und da kann man dann auch ganz tolle Farbübergänge mitmachen. Ich habe jetzt schon fast so die Hälfte der Leinwand in Pink angestempelt mit dem einem Schwamm. Und ich glaube, jetzt mache ich mal ein bisschen mit Blau weiter. Und dafür benutze ich jetzt einfach die andere Seite von meinem Schwamm. Und stempel hier als nächstes ein bisschen Blau. Ihr könnt natürlich auch alle möglichen anderen Farben nehmen. Ich habe jetzt ja nur zwei Farben, beziehungsweise drei mit meiner silbernen Acrylfarbe. Aber ihr könnt natürlich auch alle möglichen Farben, zum Beispiel Regenbogenfarben oder so nehmen. Sieht auch ganz toll aus. Ich stempele jetzt auch so ein bisschen übers Pink nochmal drüber, damit so ein schöner Farbübergang da ist. Ich finde, das sieht schon richtig toll aus. Ich drehe mir die Leinwand mal um, damit ich besser hier weiterarbeiten kann. Und jetzt geht es immer weiter hier mit Blau. Die Leinwand ist jetzt überhaupt nicht mehr weiß. Überall habe ich was drauf gestempelt. Erst Pink, dann Blau. Die Ränder habe ich auch noch gut gestempelt. Und ja, dann kann es jetzt als nächstes weitergehen mit der Zahnbürste. Das sollte eine relativ weiche Zahnbürste sein, wenn es geht. Meine ist ein bisschen hart. Ist natürlich besser, wenn die etwas weicher ist. Und die tauche ich jetzt hier mal in meine pinke Farbe. Und als erstes mache ich einen kleinen Test hier auf meiner Pappe. So, damit werde ich nämlich jetzt hier noch so kleine Streifen mit rein machen. Aber das mache ich nur hier so im unteren Bereich. Oben lasse ich das so gestempelt, sondern wirklich nur hier unten. Man kann die Leinwand auch so von unten festhalten. Ich finde, das sieht irgendwie ganz schön aus. Also gerade so stelle ich mir jetzt vor, hier unten ist dann so vielleicht das Meer und oben dann so der Himmel. So klar, von den Farben passt das jetzt nicht. Aber hier unten ist es dann so ein bisschen glatter und oben so ein bisschen gestempelter. Man kann ruhig so in beide Richtungen so ein bisschen hin und her putzen. Wer mag, kann natürlich auch so putzen. Also in die Richtung. Ich finde, so ist es schöner. Deswegen, ich werde es so in die Richtung putzen. Und gerade hier in der Mitte vermischt sich das jetzt schon wieder total schön und spannend. Jetzt habe ich mal ein bisschen in blau getaucht und jetzt putze ich mal ein bisschen hier über blau. Also ihr seht, das ist einfach eine bisschen andere Technik. Sieht völlig anders aus. Und man muss natürlich auch nicht beide Techniken auf der gleichen Leinwand machen. Ihr könnt euch auch für eine entscheiden. Entweder stempeln oder eben mit der Zahnbürste putzen. Ich finde beides ganz schön und ich finde es jetzt auch so ganz cool, dass hier so verschiedene Ebenen eigentlich sind. Also gestempelt, gestreift, pink, blau und in der Mitte ein schöner Übergang. Und auch hier, finde ich, hat sich das richtig cool in der Mitte so vermischt. Ist so ein leichter lila Ton. Hier ist es so ein bisschen mehr pink und hier mehr blau. Sieht auf jeden Fall auch richtig schön aus. Das lasse ich jetzt erstmal richtig, richtig gut trocknen. Das ist ja der Hintergrund. Und dann geht es gleich mit der matten Farbe hier mit Silber und mit meinem Pinsel weiter. Wenn die Leinwand getrocknet ist, kann es dann weitergehen. Und hier schreibe ich jetzt mit Silber ein Wort drauf. Zum Beispiel kann das euer Name sein, euer Lieblingswort, vielleicht ein Star, den ihr ganz toll findet. Also da kann man alles mögliche drauf schreiben. Und ich habe mir überlegt, ich warte immer schon so ein bisschen auf den Frühling. Und deswegen werde ich hier auf die Leinwand Frühling schreiben. Am besten testet ihr auch erstmal mit eurem Pinsel und der Farbe auf einem Blatt, wie das Ganze so aussieht, wie dick ungefähr der Pinsel malt, damit ihr dann hier auf der Leinwand das dann schön hinbekommt. Weil wenn man es einmal drauf gemalt hat, kann man es nicht so einfach wieder runter waschen oder runter putzen, weil dann der Hintergrund auch wieder dreckig wird oder verwischt. Deswegen am besten einmal ein bisschen üben und dann hier auf der Leinwand malen. Ich habe einmal ein bisschen geübt und ich glaube, es klappt jetzt. Und ich fange an mit dem F. Damit es schön deckend ist, muss man mehrere Male dann drüber malen. Also einfach nochmal ein bisschen Farbe nehmen und nochmal über die gleichen Linien nochmal malen. Aber man kann natürlich auch einmal erst das Wort schreiben, das Ganze trocknen lassen und dann nochmal drüber malen. Meine Schrift ist jetzt auch fertig. Die muss natürlich auch noch trocknen. Ich finde, das sieht schon sehr schön aus, aber irgendwie fehlt mir noch das gewisse etwas. Deswegen habe ich mal geschaut in unserer Stickersammlung und habe diese tolle große Blume gefunden. Diese Glitzerblume mit so ein bisschen Pink und Grün, also nochmal eine weitere Farbe dazu. Ich finde, das sieht einfach richtig schön aus. Ja, deswegen möchte ich die jetzt noch da oben mit in die Ecke kleben. Vielleicht findet ihr auch bei euren Stickern noch irgendwas Schönes oder ihr schneidet noch irgendwas Schönes aus einer Zeitung aus und klebt das dazu. Also ja, je nachdem, wie ihr das mögt. Oder ihr könnt es natürlich auch einfach so lassen. Sieht natürlich auch schon toll aus. Aber so gefällt mir das wirklich schon viel besser. Und ich habe hier noch diese passenden grünen Glitzersteine entdeckt. Das sind so kleine Glitzerreihen, die kann man so abziehen. Und so eine Glitzerreihe, die würde ich gerne hier unten dann noch hinkleben. So. Also oben ein kleines Element, unten ein kleines Element. Vielleicht noch eine zweite Glitzerreihe. Das gefällt mir wirklich schon sehr gut. Und vielleicht gefällt euch das auch gut. Vielleicht möchtet ihr so eine Leinwand nachbasteln. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vielleicht möchtet ihr noch schreiben, hättet ihr die Blume weggelassen und die Glitzersteine, hättet ihr es einfach so gelassen. Oder hättet ihr auch sowas noch dazu geklebt. Also da würde mich mal eure Meinung interessieren. Einfach unten reinschreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.